Gumbans Creepy Gala! Geil! Ihr habt gar nicht geschrien, ihr habt das ganz leise gesagt. Ich bin die Einzige, die dann schreit. Und du sitzt am nächsten im Mikro. Hallo! Du sollst penetrant werden. Penetrant? Ja, Mario Party 4. Geile Casino Action. Mit zwei Hosts und zwei Bros. 50 Runden. Wie gewünscht. Damit Persons dich freut. Oh, Gerold! Achso, Persons, ja. Stimmt. So, sorry, ist egal. Würfel. Und alle anderen auch. Oh, ich hab ne 2. Mmmmmmm. Hauptsache, ich muss nicht an. Ahaha, was dabei ist. Am Anfang hau diggedie und am Ende hau diggedie. Das ist einfach am besten. Ja, genau. Dazwischen ist halt die lange Reihe. Hazy ist dabei, ist ja klar. Eee. Fronheid Sternchen. Und Daria. Ihre Namen kann ich nicht aussprechen. Und Jake ist auch da! Ja, ich muss ja. Jake, Jake. Wie? Wer ist das hier? Farahen Alnanta! Alnanta! Sie reimt auch, sie reimt doch gern auf A. Wie deine Mutter, ist doch klar. Wow, geile Rhymes! Meine Rhymes sind Stiles, Alter. Peach! So, wir spielen auf dem Gamecube, oder? Nee, auf der Wii. Ja, aber es ist quasi Gamecube. Wer ist denn Peach? Keine Ahnung. Zaria ist Peach. So wie aus der letzten Folge, die wir hochgeladen haben. Die, die abgebrochen wurde. Und wir spielen jetzt aber den 4. Weil wir keinen anderen haben, den wir spielen können. Ich glaube, wir hatten wegen der Haarfarben, dass du ausgewählst, dass ich Daisy bin. Kauf was! Das ist doch nichts, ey. Warum nicht? Was mach ich denn? Nein! Erstmal auf die Karte schauen. Wo ist der Stern? Oh, Nico! Der ist oben links. Oben links ist aber die Hölle. Also unten links ist quasi so eine Lotterie und da kann man ganz viel Geld fahren. Geile 6. Ach, aber ihr findet das ja heraus. Das ist eigentlich am besten, wenn man den Leuten nicht Bescheid sagen kann. Ey, geil. Erster Platz. Bist du? Ich bin... 10, 10, 10! Ja, fast. Du bist nah dran. Dafür krieg ich einen Piss. Geil. Knilz. Geil. Ich mach jetzt eine kaputt. Du kannst ja dadurch, dass du Letzte bist, das ist nicht so wichtig. Alle gegen mich. Traurig. Jetzt komm, ey. Irgendwas, wo man nach oben drücken muss. Das finde ich gut. Oh nein. Was war das denn da mal? Warte mal. Also wir haben schon mal geüzt und da war Hase sehr gemein zu mir. Ich habe einen kaputten Controller aber nicht mehr erwähnt. Ja, bla. Aber es echt... Stimmt überhaupt nicht. Im Echten diesmal. Nee, ist alles gut. Dann geht auch nach oben. Super. Warte mal, musst du mal A drücken? Ja, du musst A drücken und die Richtung. Lauf einfach Hase hinterher. Jetzt werden echt kaputt. Wir müssen aber so gucken, dass ich nach 15 Minuten einen Schnitt mache. Hahaha. Ist das geil, ey. Warte, wir müssen ihn aber dann noch aufhalten. Ja, ich drück gegen ihn. Ich lauf gegen... Ich lauf gegen... Ich lauf gegen Hendrik. Komm, das ist super. Das funktioniert großartig. Am Ende gewinnt Hendrik. Ey. Wie er sich bei einem Bahn holt. Wie er sich bei einem Bahn holt. Feministärs. Das Spiel ist einfach nur... Behindert. Hauding. 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 Ich glaube Hauding. Marie, was hast du gemacht? Als du zumal hast? I'm so... Hauding. Wird ja geiler, was machst du denn? Was machst du denn? Geil, dass man diesen Muff nicht sehen kann ist eigentlich schon schade. Feministärs. Vereinigt euch. Ihr kennt das. Ich glaube, dafür kriegen wir richtig viel Aufrufe, wenn ihr das gemacht in der Kamera. Ja, wir haben aber keine. Deswegen kriegen wir nicht viele Autos. Ich hab ne Webcam aufgestellt. Was? Und ein Sohn. Und ein Sohn. Und ein Sohn oder was? Und ein Sohn. Soll ich dir das erklären, Daraya? Du musst jetzt, wenn du ihm Geld gibst, dann bringt er dich auf jeden Fall in die Richtung, wo der Stern ist. Wenn du ihm kein Geld gibst, ist es Glück. Wenn du auf den Sternen landest, dann kriegst du 50 Münzen geschenkt. Und wenn du nichts tust, dann kann es auch sein, dass du irgendwo landest. Also entscheide dich. Choose your weapons! So viel Christwelle will ich mir nie mehr entscheiden. Nimm die Karte! In Dortmund! Sag nein! Bald, Leute, bald! Der bringt dich meistens beim ersten Mal rein. Ja, ich meine zum ersten Mal. Soll ich dir einen grün nehmen muss. Ups! Komm schon, komm schon, Silber nach! Oh nein, du kriegst Geld! 20! 20 sind fast gut! Wie im Caserino, ey! Münzenstern! Münzenstern aufhalten! Hauptsache, Howdigidi gewinnt. So, jetzt darfst du aussuchen, wo du hin willst. Ja, ist ja wohl klar, nach links oben. Am besten guckst du auf die Karte. Links oben! Nimm Z! Ey! Wie sie mir nicht glaubt! Du bist das gegnerische Team, was erwartest du? Und? Ich bin ehrlich! Also da das Lila Zeug würde ich machen, ne? Links oben habe ich doch gesagt! Also nicht Lila! Weißt du, sie sieht über Kreuz! Mach dich nicht darüber lustig! Holzauge sein, wach sein! Ey, Paul! Mir wurde vorhin auch die ganze Zeit gesagt, was ich machen soll. Ich hab's nicht getan! Ja! Das ist wahr! Was nicht daran lag, was ich machen wollte! So an deiner Stelle würde ich ihm ein Geld zahlen, damit du da hinkommst! Warum nicht? Das lohnt sich gar nicht, weil Darth ja eh den Stern bekommt, also! Ja, vertrau mir nicht, ist okay! Wir werden ja sehen, was das für dich bringt! Ich krieg den Stern auch gar nicht! Ab nach Grün! Grün wie deine Mütze! Ey, Zahn zu Münzen! Oh shit! Ich bin der Boss! Du hast kein Geld? Aua! Fick dich Goomba! Goomba kann suck my boss! Goomba kann sich nicht ficken, er hat keine Hände! Nicht Goomba! Oh guck mal! Geil! Kannst du Challenge Sale machen! Ja, mein Gott! Schatzhorn! Geil! Erstmal warten hinten! Affen kommen weiter voran, ne? Ja, scheißegal, der Stern kommt da hin! Weißt du, der Stern kommt zu mir! Nein! Ey, Battle! Ne, leider! Da gibt's nur die Bunk! Mario Party viel soll schlecht sein, also... Warum haben sie denn die Battles eigentlich abgeschafft? Weil das wahrscheinlich zu viel Zeit gefressen hat! Weil es auch tatsächlich Zeit gefressen hat! Bei 50 Runden? Oh nein! Oh, das ist das eine! Ja, das mit dem Ausweich! Mit dem Wegrennen! Oh, da war ich gut drin! Da warst du echt gut drin! Oh, warm! Jetzt wahrscheinlich nicht, weil ich's gesagt hab! Ja, wahrscheinlich nicht! Ich weiß, wer auf jeden Fall schlecht da drin ist! Jemand, der einen Controller hat, der nicht funktioniert! Äh, so wie... Der nicht Henrik ist, weil sein Controller funktioniert hat! Wenn ich jetzt gewinne, ey, dann... Eigentlich funktioniert meiner nicht! Wenn ich jetzt gewinne, bist du am Boden! Ja das... Ne... Du hast ja ein Funktionieren dann! Ja genau! Äh? Bin ich nochmal? Ach, ja! NANA! Oh mein Gott, jetzt werde ich schon fast rausgegeben! Raus mit dir! Ich wollte das eh nicht gewinnen! Sind wir die Besten? Ich trink jetzt hier schön in Ruhe mein Getränk und modereiere das. Wow, 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 wow! Luchi rennt um sein Leben, aber ich fürchte fast es endet jetzt gleich für ihn. Zwei Schneemänner haben es ja. Hau Diga D! Da geht Team Hau Diga D leider zur Schande raus. Alle sind traurig, denn Hau Diga D ist der Sieger der Herzen! Der kaputte Controller! Der Spiel ist auch ein bisschen zu laut. So wie der da ausschlägt, ich weiß nicht. Das bin ich, ich rede immer so laut. Nein, nein, das ist der Spiele-Sound. Achso, dann kann ich ja weiter laut reden. Ja. Hallo! Kannst du später drunter stellen? Ja, mach ich gleich mal da. Kannst du auch später. Pause! Nein! Weiter! Was, soll ich? Ja, tu es einfach jetzt. Wer geht zum Kühlschrank willst nicht? Shotgun bin ich! Keiner macht mit. So. Keine Ausschlagung mehr. Hol den ersten Stern, den meinen Namen trägt. Hoch am Casino-Zelt. Den kauf ich mir heu'n Nacht. Da 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 da. 50 rum, weiß ich nicht, ich mach mir überhaupt keinen Stress. Weißt du, was ich mache? Ich mach dem Motiv. Chesttime, ey. Gib alle deine Sterne, dann hast du so 40 oder so. Ja, echt? Boah. Wär das übel. Bitte, bitte. Dann gehe ich raus. Hört sich rum, sind doch voll langwechig. Wie viele Teile sind das denn? Sehr geil. Das sind... Hier bitte einfügen. Ich glaube 10 oder so. Eigentlich sowas. 10, 12 Teile. Machen wir dem Schnitt noch ein bisschen Arbeit. Hier, bitte soll jetzt das einfügen. Also von links nach rechts laufen. Du musst A drücken. Daraya. Das macht nicht. Kein Stress. Oh, Platz da. Ich stehe nicht an der Ampel. Du darfst jetzt schön würfeln mit dem Goomba. Platz da, bitte macht's da. Wie ist er da hochgekommen? Sind seine Füße angeklebt? Wie heißt er? Was ist jetzt mit 10? Was will der? Du musst höher würfeln als er. Dann kriegst du Geld. Wenn nicht, kommst du zurück zum Start. Bullshit. Oh. Doch kein Bullshit. Fick die Goomba. Sag ich jetzt. Wie funktioniert das mit dem Goomba? Sind seine Füße angeklebt auf dem Ding? Ich meine, witz. Hast du das gesehen? Ja klar. Hast du das gesehen? Das ist ein Pilz. Das ist ein Pilz. Ja. Nice, nice. Das ist ein Pilz. Wow. Ey, zwei Pink schon wieder. Was passiert? Ist das umgefallen? Nein, alles ist cool. Ich hab's nur fast umgekriegt und dann dachte ich, ich stell's mal in Sicherheit. Sehr schlau. Wo ist der nächste Stern eigentlich? Oben rechts. Rechts. Du solltest ihm Geld geben. Traust du den beiden? Gib ihm Geld. Auf mich darfst du dich hören. Wieso? Ist egal, wo er denn kommt. Du kommst bestimmt nach rechts und dann darfst du die Runde einfach normal laufen. Ey, es sind flüchtig. Ich hab ihn bezahlt, weil ich einfach gedrückt hab. Ey, kacke. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du dann kommst, wo du möchtest. Bullshit. Tschüss. Nach links und rechts. Da wollte er ja hin, ey. Jetzt hast du ihn bezahlt und du hast ihn nicht bei dir gezogen. Lotte Sie, hallo. Ja, da kriegst du viel Geld, aber... Ja, deswegen. Woll ich hin, ey. Ja, und dann kommt die Bombe, ne? Wohin, ey? Wohin? Wer hat ne Bombe? Wer hat ne Bombe? Könnt ihr ja nix mit anfangen, die anderen. Alles. Außer sie haben Whiz gesehen. Bei Kaffee. Für den kleinen Kaffee. X. X, K, X, Beil, X, Ab, X. Was? Ist das der Konami-Code? Nein. Oh, ich krieg Geld! Team Hau Diggedy, ey, ist voll dabei. Münchsterne. Ich glaub, ich guck mal auf die Karte, wo der Sterne war. Oh, Tittenbonus, ne? Ja. Feministenbonus, will ich bitte hören. Als ob wir bei euch beiden Tittenbonus sind. Aber echt, ne? Aber wir haben jetzt Gleichberechtigung eingeführt bei Mario Party, weil zwei Frauen und zwei Männer damit ist. Frauenquote ist jetzt auch beim Mario Party zugegen. Geil. 50% muss mit Frauen besetzt werden. Muss? Ja. Oh, alle gegen Dake. Ich werd's behindern. Ja, geil. Hey, hau Diggen. Schaumschläger. Das hast du letztes Mal auch schon so gut hingekriegt. Ja? Was ist das denn? Das ist das, wo wir Wellen machen und Dake fällt unter. Oh, nicht schon wieder, mein Nemesis. Also AA, ne? Hochspringen und dann nochmal AA. Das kann man nicht verlieren. AA. Hieß es immer. Kommst du wieder zu mir, Marie? Ja, ich fahr zu dir rüber. Das hat letztes Mal ganz gut geklappt. Ich bleib wieder hier, ey. Weißt du, nur weil der Affe das Doppelte wiegt wie ihr und ihr müsst euch jetzt zusammen auf eine Seite stellen. Ja, ist nicht schlimm. Weißt du, du weißt ja gar nicht, was unter den Rücken von Peach und Daisy ist. Ein Stahlkorsett. Oh, da fällt er. Das ist der Nannis. Ich seh ihn schon segeln. Oh, Vorsicht. Oh, das schwammt über. Geht aber auch nicht. Das geht nicht. Das schieß schlecht. Der Stilbom schwammt über. Das liegt alles am Controller. Ne, der ist, glaub ich, okay wieder. Der ist wieder okay. Kommt her, meine Monete raus. Danke für das Geld, Dave. Du bist so großherzig. War mein Geld jetzt weg oder was? Nein. Alles weg. Nach der Runde mach ich Schnitt. Oh, Duell. Echt schon? Ja. Dann werden es aber mehr als 10 Teile, oder? Okay, dann lass ich danach die Runde. Komm, heute extra Bonus. Ne, das... Ne, das halten die nicht aus. Also? Ne. Der platzt der Kopf vor seinem Zuschauer. Nein, ist da ja! Die Aufmerksamkeitsspanne ist eigentlich nur 3 Minuten. Also wir können die froh sein, dass wir keine 3 Minuten Parts machen. Dann sind die jetzt schon gar nicht mehr da. Dann können wir jetzt über die schlecht reden. Ja. Hallo? Über Nocturnon. Ne, wollen wir nicht schlecht. Ich auch nicht. Der guckt aber alle Videos als einziger. Nocturnon ist echt eigentlich einer der Besten. Das muss man einfach so sagen. Der guckt alles bis zu einem bitteren Ende. Und wenn ihr das auch wollt, dann guckt ihr auch dieses Video. Ja. Werbung. Wir werden da bleiben, da sein. Ja, auf jeden Fall. Tschüss, Will. Was ist das? Oh, gay. Alles so gay. Oh nein. Jawoll. Na komm. Guck mal, ich bin euer Hintergrund. Und Daniel auch. Ich bin euer Hintergrund. Ich bin euer Hintergrund. Da kommt der Stimmbruch schon vor Aufsehen. Fotofarm. Jetzt muss ich ganz lange... Ich bin immer noch David, hau Degen. Warte, warte, ey. Ich muss mich konzentrieren. Was ist los mit deinen Muckis? Ich habe wieder zuguckt. Ah fuck. Du hast ein weißes Ei gelegt. Egal. Du bist nicht im Mews da drüber. Du hättest dir den Hinterkopf... Affen legen Eier? Jetzt kommt man los, weißt du? Liebe Kinder, Affen legen Eier. Ich möchte, dass uns alle wissen. Was war zuerst da? Das Affe oder das Affe? Das Affe oder das Affe? Das Affe oder das Affe? Das Affe oder das Ei, ey. Was wollen wir meinen? Oh nein, die fallen die falsch nicht. Ich will das jetzt nicht sagen, ey. Ich sage nur ein Samachi. Gott, ey. Das geht mit meinem Controller gar nicht. Du musst nur nach rechts und links und das auch hin. Okay, da geht das. Jetzt bin ich leider nicht mehr auf der Seite. Guck mal, wer noch da ist. An der Seite. Ja, ich komme jetzt mit meiner Sister. Ich bin in jedem Minispiel dabei. Hey Sister. Oh nein. Das ist aber gute Musik. Team Dreckspaar. Und Team... Dreckspaar. Team HD. Doppel D. Doppel D. Doppel D. Doppel D. A plus B? Also du musst beides gleichzeitig tun, dann fährst du vorwärts. Wenn du nur B hintereinander mescht, dann fährst du nach links, wenn du nur A mescht, dann fährst du nach rechts. Alles klar. Du musst kommen so Flammen. Und wir müssen aus dem Weg fahren. Ja. Also gleichzeitig, nicht schnell. Nicht schnell, das geht dann nicht. Das habe ich schon wieder vergessen. Du musst so tschu 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 tschu. Okay, dann mesch ich auf. Guck mal, das ist dann so total asynchron. Guck, siehst du das? Können wir bitte tschu 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 tschu. Ich mach einfach beide und du steuerst. Ja, das funktioniert überhaupt nicht. Oder sind wir rot? Ja, ich mach das dann. Ja, dann mach mal doch schnell. Mach mal A, A. Nee, B, W. Das war's. Ja, die haben eh gewonnen. Guck mal, die sind ja schon am Ende. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich kann da nicht rüber. Wir sind gegen einen Stein gefahren. Komm schon, komm schon schnell. A, A, A. Ja, dann müsst ihr A oder B drücken, damit ihr da aus dieser Kuhle wieder rauskommt. Das ist doch behindert. B, 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 B. B, B. Alles, alles. A, A, A. Beides, beides. Na schon. Wer hat das going on? Jetzt. Pass auf das Feuer. Was machst du denn? Ich mach gar nichts. B. B. Warte, 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 warte. Nee, mehr B. Und jetzt... jetzt wieder geradeaus. Komm schon, wir sind schon bei der zweiten Tornado-Flamme hier. Und die sind erst bei der ersten. Das schaffen wir. A, A, B. Beides gleichzeitig. Komm schon. No, it's go on. Ja weiter, weiter, weiter. Nein, 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 wir schocken, wir schocken! Komm schon, komm schon! Nein, beides, beides! Nein! Haben wir's? Ich glaub ja. Ihr seid rosa. Guck mal, sogar New Record! Ihr Luschen! Finkfest! Und das mit kaputten Controller. Ja, mit kaputten Controller, weißt du? Ihr gegeben. Ich bin sehr schauselig. Nur ihr, nicht ihm. Das macht mich gezoffen. Tittenbonus! Doppel D. Tittenbonus. In der Brust. Ja, da konnten wir ja gar nicht gewinnen. Und ein Sommer. Warte mal, eine 2! Das hat lange gedauert, aber als er kam, hat er echt weh. Haystyle. Er hat lange gedauert, aber als er kam, hat er weh. Oh, Bowser! Hoffentlich kommt der Große, das ist so witzig. Nicht nur der Kleine. Manchmal kommt auch der Kleine und der Große. Da drücken wir die ganze Zeit. Ich. Hallo! Nein, aufhören! Was ist so witzig? Nein, das ist... Oh, bitte, kommt jetzt noch der Große! Ohhhh! Du kannst sterben! Wegen dem Großen, oder was? Der Raya! Wegen diesem dummen Hintergrundgeräusch. Du hast zu viel Sex and the City davor geguckt. Oh, das sollte machbar sein. Du hast zu viel mehr geguckt. Vielleicht würfelst du eine 0. Geil, ey. Ich wusste sofort, wer Bigs war. Ich glaub, wenn du dieselbe... Bigs. Wenn du dieselbe Zahl würfelst, dann hat er gewonnen. Ja, glaub ich auch. Das ist dann so gemein. Aber du kommst... Tschüss. Ey, mit wem? Ey, mit mir, ey. Haudegen, Haudegen tauschen. Nicht mit, zu. Zu Haudegen. Egal. Komm zu mir, ich bin beim Stern. Gibt's nicht. Schade. Oh, jetzt! Oh, das ist Liebe. Du kannst mir einfach nicht widerstehen. Was? Wie war das? Das war das Romantischste, was du jetzt sagen konntest. Was? Oh, ich komm zu dir. Guck mal, Haudegen die. Haudegen die. In dem Teil ist aber gute Musik. Ne? Oh, alle gegen Lutschi. Doch, ist so. Nicht so gut wie Peach Geburtstagstorte. Oh, das ist ein interessantes Spiel. Ich bin gespannt. Gegen wen kämpfen wir? Du gegen uns. Achso. Der Kran hat Schuld, Mann. Ja, der Adelige. Gegen wen kämpfen wir? Also wir laufen eigentlich nur weg. Und du musst halt einfach nur A drücken, wenn du glaubst, dass du uns damit erwischen kannst. Da hattest sowas wieder, ey. Ja. Aber es ist eigentlich ganz einfach für dich. Schaffst du, Mann. Auch mit kaputtem Controller. Ich hab das gesehen schon. Hol dir einen Shy Guy, die sind besonders schön. Bestimmt, ey. Die geben extra mit. Extra. Das fängt ja gut an. Nein. Hä, was muss ich jetzt machen? Du musst ja kommen. Du musst im rechten Moment A drücken, wenn du glaubst, dass du einen von uns bekommst. So schonmal nicht. Ich bin echt eingekesselt. Aber ich hoffe einfach, dass dein Timing suckt. Aber das dauert hier so lange. Erstmal Marie holen hier. Ey, nein. Was macht der denn? Du hast A gedrückt. Hab ich nicht. Danke, du hast mir ein bisschen Platz gemacht. Dann lauf ich immer weg. Kommt schon der Tremor raus, ey. Tremor? Tromagot. Kenn keiner, ne? Schönen Schwindeln. Oh. Schöck mal, Henrik. Orange. Hey, du hast einen Shy Guy. Hey, was ist das? Ein Freund da unten. Oh, Digga, Digga. Ey, ich hab extra mit fangen lassen. Du hattest keinen Bock, aber. Ja. Der wollte da unten eine besoffene Ecke liegen, weil sein Bein nicht bekommen hat. Ey, geh nach oben. Du. Ja, gleich ist ja Pause. Endlich. Ey, 69 bei beiden. Nee, Mädels. Ja, jetzt mal mit Paul. Wir machen jetzt Schnitt nach dem Minispiele. Schnitt. Schnitt. Schnitt.